Hallo und Willkommen zu EJ Workout. Herzlich Willkommen im Island. Wunderbare Aussicht. Ich habe mich entschieden, dieses Workout zu machen, da es wichtig ist, immer fit zu bleiben. Egal ob ich im Urlaub bin oder auf einer Reise. Das ist ein 10 Minuten Workout, das kann man überall machen. Ihr seht mich, ich bin mitten in den Bergen und ich investiere die 10 Minuten, um fit zu bleiben. Also genießt das Workout mit mir, genießt die schöne Aussicht und freue mich über euer Feedback. Tschüss, viel Spaß!